Hallo, heute nehme ich dich wieder mit durch meinen Alltag. Die Klara ist da hinten. Und ist schon ganz aufgeregt, denn heute haben wir etwas ganz ganz Tolles für sie vor. Wir wollten nämlich endlich, und es wird echt höchste Zeit jetzt, ihre Schultüte basteln, also bald ist Einschulung. Und die Schultüte ist immer noch nicht fertig. Deshalb werden wir das heute jetzt gleich machen. Ich habe hier schon die ganzen Sachen liegen. Das alles hatten wir jetzt zusammen eingekauft, alles zum Basteln. Und das möchten wir jetzt gleich alles hier drauf machen. Aber wir gehen dafür in Klaras Zimmer, oder? Ja. Da haben wir ein bisschen Ruhe und deine ganzen Bastelsachen, Scheren und sowas sind alles da oben. Deshalb nehmen wir das jetzt alles einmal mit nach oben. Nimmst du die Schultüte? Mami nimmt hier. Da sind auch noch so ein paar Sachen drin, die wir gekauft hatten. Ich hoffe, die Klara hat genug Ideen, weil ich habe keine. Ich habe ganz viele Ideen. Ja, Klara wird da sicherlich sich ausleben. Und ich werde ihr einfach nur ein bisschen helfen. Aber die Ideen kommen alle dann von ihr. Und wir nutzen natürlich auch gleich ihren richtig tollen neuen Schreibtisch. Da haben wir jetzt viel Platz dran. Ich glaube, Mami holt sich noch einen Stuhl von Johann oder so. Dann kann ich auch hier dran sitzen. Da neben dich. Was haben wir jetzt an, Mami? Ja, der Anfang ist immer am schwierigsten. Warte mal gucken. Ich glaube, hier war noch so ein Etikett. Das machen wir halt mal ab, oder? Sieht nicht so hübsch aus. Ich glaube, wir wollten kleben das eh gleich, aber... Tschüss. Machen wir erst mal das ab. So, das ist ja klar, Schultüte, die sie sich ausgesucht hatte, diese wunderhübsche blaue. Und ich hatte dazu auch noch was gekauft. Ist das hier drin? Da, was ist das denn? Ja, hast du das? Nee, das ist... Genau, das ist ja Elisas. Die müssen wir auch gleich basteln. Aber wir machen erst deine. Und dann machen wir Elisas so ähnlich wie deine. Da war noch so ein Holzstückchen. Genau, das suche ich gerade. Wo ist das Holzstück? Guck mal, ob das hier drin ist in der Tüte. Kannst du nicht einsetzen? Kipp, kipp! Kipp einfach mal alles aus. Wir brauchen jetzt eh alles. Tada! Das Holzstückchen, das braucht man wohl unbedingt, weil diese Spitze ja immer so schnell kaputt geht, wenn man sie irgendwo hinstellt. Und deswegen tut man die aber innen rein. Habe ich das so verstanden? Das machen wir jetzt direkt als erstes, ja? Oder mach du das. Das ist ja deine Tüte. Ist klar, was die Tüte ist. Oh! Ganz bisschen nach unten. Dass die Spitze ganz unten ist. Geschafft! Ja? Gut. Oh, so welche Pudels wollten wir brauchen? So welche Schlitzer, das möchte ich drauf. Und dieses Band wollte ich oben hier dran haben. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, oder? Weil damit hattest du noch was vor. Ja. So welche Aufkleber, die kann man auf einer Schultüte machen. Genau. Ich möchte das Pferd jetzt drauf machen. Ganz wieder Aufkleber mit Pferden. Ja. So, dann guck erstmal, wo du das hinhaben willst. Ich möchte das doch so hier hinhaben. Kann man da schon kleben, oder muss man da noch Kleber abmachen? Klebt schon. Super, das ging ja einfach. Der erste Streich ist schon mal fertig. Ich habe eine Idee. Ja. Wir wollten doch sowas nähen. Und das hier doch den Pferd hier übermachen. Das kannst du gerne machen. Mach das mal. Ne, ich mag den. Hat er noch so einen Blumenhaarkranz. Das sieht ja bestimmt schick aus. Ist das gut? Wirklich schick. Bist du zufrieden? Und dann brauchen wir noch so einen Pferd hier. Oha, das Pferd wird ja ordentlich geschmückt. Und guck mal, welche Farbe möchtest du noch als Blumen? Dann machen wir schon mal weiter. Ich möchte Gold. Gold als Blumen. Ganz viel Glitzer haben wir heute hier. Danach ist der ganze Schreibtisch voller Glitzer. Und wir wollten daraus auch ja noch ein Hufeisen machen aus dem Gold. Weißt du noch? Mhm. Dann machen wir hier ja auch so einen Pferd rein. Okay, ich versuche mal, dieses Hufeisen nachzumachen. Oh je. Was wird meine Freundin eigentlich auch einfach so eine Schuhtüte? Das weiß ich nicht. Manche kaufen die auch einfach. Ich habe eine Blume. Eine Blume ist schon fertig? Mhm. Tada! Eine Blume können wir schon mal gleich aufkleben. Alles gut? Ja. Ich bin nur ein bisschen dürstig. Oh, dann mache ich dir gleich was zu trinken. Okay. Hufeis. Das ist dein Hufeis. Ja? Kannst du gleich gucken, wo du das hinkleben möchtest. Mhm. Da oben, da an der Seite oder so. Das ist schon mal fertig. Gut. Habe ich eine Sache schon mal geschafft? Oh, meine Hände sind voller Glitzer. Ja. Das ist bei mir auch schon. Es war auch wieder warm hier oben. Wir haben jetzt gerade noch weiter gebastelt hier mit diesem goldenen Papier, weil das so hübsch aussieht. Und da habe ich jetzt einmal so einen Streifen einfach rausgeschnitten. Den wollen wir jetzt einfach da draufkleben. Ich glaube, das sieht ganz hübsch aus. Clara kann das ja einmal kleben. Machst du einen Klecks? Ein bisschen drücken in der Mitte. Genau. Und jetzt verteilst du diesen Klecks in alle Ecken. Super. Wo möchtest du den hinkleben? Auf die andere Seite. Okay. Geht es schön auf. Das sieht süß aus, Clara. Das ist eine richtig tolle Idee. Achso, wir können ja eigentlich unser Hufeisen mal kleben. Wo ist denn der hin? Da. Tada. Na, da ist ein dicker, die kann sich gleich bei dem Gold versteckt. Okay. Schön. Ja? Bist du zufrieden? Mhm. Und so müssen wir eigentlich so Lisas machen. Damit sie sich freut. Dann hat sie auch so einen. Genauso wie die große Schwester an der Einschulung. Dann lasse ich die Lisa das hier. Mhm. Okay. Ich glaube, ich bastel noch ein paar Blumen, Clara. Wir haben ja noch so viel buntes Papier besorgt. Sieht nicht aus wie eine Blume, sondern so ein Schmetterling. Eigentlich fehlen da nur noch so zwei Fühler. Wollen wir das mal machen? Wollen wir daraus ein Schmetterling machen, Clara? Ja. Dann mache ich noch zwei Fühler und dann haben wir hier ein Schmetterling. Ja. Schmetterling. So, jetzt habe ich Lust, noch ein Schmetterling zu machen. Der ist mir ja so gut gelungen. Ja, noch ein Schmetterling. Das ist mir so gut gelungen. Sollte eigentlich eine Blume werden, naja. Was sind die Buchstaben? Die Buchstaben sind hier. Ich habe nämlich, Clara, so ein Buch hier besorgt. Da sind ganz viele Buchstaben drin und auch Zahlen und in verschiedenen Farben. Was ist das R, Mami? Das R? Da. Ach, da ist's. Ja, und gleich hast du ja auch alle Buchstaben. Du brauchst dann nur noch ein A. Da kannst du die dahin kleben, wo du sie willst, ne? Dein Name. C. B. muss. Ich kann ja mal kurz zeigen, was ich alles geholt habe. Also vielleicht habe ich ein ganz kleines bisschen übertrieben. Aber wir haben ganz viele Himbeeren mitgenommen. Bald ist ja die Himbeerzeit glaube ich auch vorüber. Das muss man ja natürlich nochmal ausnutzen. Hier sind die Himbeeren. Eins. Zwei. Und das war noch nicht alles. Hier drüben geht es weiter mit drei, vier, fünf, sechs. Ja, und Erdbeeren natürlich noch. Also wir essen ja im Moment ganz, ganz viel Obst. Gerade wenn es so warm ist. Und das schaffen wir locker in einem Tag. Dann ist das weg. Das ist ja so der Mittagessensersatz. Dann haben wir hier noch ganz viele Gasflaschen geholt. Weil wir ganz viel Wasser trinken. Das muss ich gleich mal wegrollen. Dann wollten wir auch mal wieder grillen. Und da essen wir immer ganz gerne jetzt hier diesen Fladen mit dazu. Entweder auch kurz auf dem Grill. Dann kann man da alles Mögliche belegen. Oder manchmal machen wir das auch so, dass wir das einfach komplett zum Abendbrot essen. Und dann machen wir das so wie beim Döner. Dann schneiden wir uns so eine Ecke raus. In der Mitte so durchgeteilt. Und dann kann man das auch befüllen mit allem Möglichen. Wir haben zum Beispiel auch immer Krautsalat da. Das schmeckt sehr gut da drin. Und dann eben Schinken und dann Tomaten. Dann so ein bisschen Knoffi-Soße oder so. Richtig lecker. Also tolles Abendbrot. Gefällt sogar mir. Obwohl ich ja normalerweise Abendbrot nicht so gerne esse. Dann, ja, Milchschnitte für die Kinder. Zwischendurch auch ein bisschen. Ein bisschen mehr Obst noch. Ganz viel Obst. Oh, die mag Elisa übrigens total gerne. Ich verwechsel das immer. Sind das jetzt Vieresische oder Nektarinen? Die haben so einen Pflaumen. Also sind das Vieresische, ne? Letztes Mal hat Elisa zwei hintereinander verdrückt. So lecker fand sie die. Und die sind eigentlich auch schon reif. Die kann man hier auch schon essen. Dann haben wir Milch. Das ist geräumt. Ganz viel Milch. Ich glaube, das ist uninteressant. Dann haben wir ganz, ganz lecker Mais besorgt. Den essen wir richtig gerne. Natürlich, wenn wir grillen. Aber auch, wenn wir nicht grillen, gibt es das auch mal so zum Abendbrot einfach. Normalerweise dauert das für so ewig lange, bis er mal durch ist. Aber wenn man ein Bobbelbobbel da kippt. Ja, da hat er letztens, glaube ich, nur neun Minuten gebraucht. Dann war der richtig zart. Lecker. Soja für Justus. Er trinkt das ganz gerne. Dann habe ich hier noch zwei Bananen, weil im Moment werden sie sehr, sehr schnell überreif. Und die kleinen Fruchtfliegen kommen dann auch immer ganz schnell. Deswegen kaufen wir lieber öfters wenig als auf einmal viele. Und dann stehen sie hier rum. Dann haben wir hier noch Spaghetti. Und nochmal Spaghetti. Dann habe ich hier auch ein paar Kühlschrankzachen. Hätte ich mal als erstes machen sollen, wenn ich die jetzt einräumen kann. Hier auch wieder Milch. Dann Tiefkühlgemüse. So wie immer. So eine gemischte Packung mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Auch ganz toll für gebratenen Reis. Johann wird sich freuen. Dann habe ich hier wieder Aufschrift. Salami, Schinken. Ich dachte gerade, das ist auf. Das sah gerade so aus, als wäre das auf. Aber alles gut. Hering Salat, so wie immer. Das kennst du auch schon. Und hier nochmal diesen Fleisch Salat. Das mag ja Justus total gerne. Er mag den am allerliebsten, den es dort gibt. Würstchen. Entweder auch einfach so zum Essen oder eben auch auf dem Grill. Alles gut, Clara? Clara? Ja. Alles gut? Ja. Okay. Ich dachte, ich habe sie irgendwie gehört. Hier dort wieder unseren geriebenen Parmesan-Käse, der eigentlich gar kein Parmesan-Käse ist, meinte jemand zu mir. Aber er schmeckt so und schmeckt uns ganz gut auf Spaghetti Bolognese. Deshalb kaufen wir den immer nach. Und Kartoffeln im Hintergrund, hast du eben schon gesehen. Das war's. Ganz schnell. Im Moment kaufen wir nicht so viel zu essen, weil wir eben mittags auch nicht mehr so wirklich kochen. Aber ich glaube, wenn das Wetter wieder so ein bisschen kühler wird, dann kriegen die meisten auch wieder Hunger zum Mittag. Letztes Mal meinte jemand zu mir, ich könnte doch mal meinen Kühlschrank sortieren. Es gibt wohl so eine Kühlschrank-Challenge oder so, wo man das dann so hübscher macht. Ja, könnte ich auch vielleicht mal machen. Wir schmeißen immer nur alles rein. Und irgendwie passt das dann immer schon. Warum sind denn hier Getränke drin? Guck mal, was man hier alles findet. Ich glaube, die Kinder haben das reingetan. Das sind so Getränke, die nehmen wir dann immer für unterwegs mit. Ja, zu Hause haben wir unsere Sprudelmaschine. Da brauchen wir das eigentlich nicht. Klara singt. Das ist immer ganz süß, wenn man sie hier über im ganzen Haus hört. So, ich räume jetzt einmal alles ein in den Kühlschrank. Kühlschrank-Sachen habe ich jetzt alle drin. Also hier hinladen werde ich jetzt auch in den Kühlschrank tun, weil da sind ja auch manche Fruchtfliegen immer drin. Oder ne, ich mache die jetzt schon. Ja, doch, ich mache die jetzt schon. Guck mal, zwei Schalen und schon ist die ganze Schale hier voll. Jetzt sind wir fertig. Jetzt kann ich dir einmal das Endergebnis zeigen von Klaras und Elisas. Kleines, ja, Duplikat, nennt man das. Ist auch schon fertig. Und Klara, willst du einmal zeigen? Deine fertige Schultüte. So, hier hat Mami so eine Schleife hingemacht. Mhm. Komm, nimm sie mal so richtig in die Hand, so wie du das dann an der Einschulung tragen wirst. Schick. Sieht schick aus. Gefällt sie dir, Klara? So geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Ich muss jetzt auch noch ein Schmetterling. Genau. Hinten haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Aber Hauptsache vorne, ne, wo man das dann auch sieht. Das hier ist Elisas. Also eigentlich fast genauso wie Klaras. Auch mit dem Hufeisen, dem Pferd und dem Namen. mit der kleinen Schleife unten. Ich glaube, dass sie ganz süß aus, wenn wir dann damit zusammen zum Einschulung gehen. Elisa nimmt sie auch vor der Einschulung, ne? Genau, Elisa nimmt sie auch und dann hat sie auch was in der Hand. Dann freut sie sich, wie ihre große Schwester Klara. Ich möchte auch in meinem Rucksack, das, was ich habe. Ja. Möchte sie immer. Genau, du bist ihr großes Vorbild, ne? Ja. Das findet sie alles ganz toll, was du so machst. Ja, dann ist das letzte Wichtige, was wir noch machen mussten, vor der Einschulung jetzt auch erledigt. Dann kann die Einschulung eigentlich auch schon kommen. Bevor, nein, Moment, ich muss die ja noch komplett befüllen. Aber das mache ich natürlich alleine, ohne die Klara. Johann ist übrigens den ganzen Tag nicht zu Hause, weil er nämlich in den Golf-Ferien ist. Also da gibt es auch so eine kleine Golf-Gruppe für kleine Kinder und da ist er mit dabei diese ganze Woche. Bin ich auch schon gespannt, was er erzählt, wenn er wieder nach Hause kommt. Aber dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und das gibt es dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Daraus noch tschüss? Tschüss. Tschüss.